Vor Jahrzehnten gab es einen Familienstreit um eine Erbschaft. Ich möchte das jetzt hinter mir lassen. Heute kommt einer von Ihnen zu Besuch. Ein Neffe zweiten Grades. Onkel Ludwig! Und dieser Riedel kommt jetzt extra aus Bremen hierher. Du warst immer ein großes Vorbild für mich als Geschäftsmann. Aber Ludwig ist gerade so sentimental. Willkommen in mein bescheidener Heim. Am Ende lässt er sich noch von so einem Betrüger ausnehmen. Der Wander, der sich jahrzehntelang nicht blicken lässt, kommt auf einmal nach München zu seinem reichen Onkel gereist. Bei deiner Kompetenz und deinen Kontakten hast du die idealen Voraussetzungen, um ein eigenes Studio zu führen. Dann braucht ihr mich ja nicht mehr hier. Ja, aber... ...Kindel.